Sie kämpften in den Straßen von Richmond, um zu überleben. Wo willst du hin, Hau? Sie kämpften, um rauszukommen. Sehr gut gesagt. Und alles, was sie an Energie übrig hatten, brachten sie auf das Spielfeld. Ihre Jungs brauchen kein Training, die brauchen ein Gefängnis. Guten Tag, meine Herren. Sind Sie vielleicht ein Prediger? Denn Gott wird Ihnen in dieser Gegend nicht helfen. Verlassen Sie die Halle. Ich habe vor niemandem Angst. Sie kriege ich doch locker klein. Das glaube ich nicht. Lehrer dürfen die Schüler nicht anfassen. Ich bin kein Lehrer. Ich bin hier nur der Basketball-Coach. Jetzt haben Sie die Wahl. In Richmond liegt die Wahrscheinlichkeit, um 80% höher ins Gefängnis zu gehen, als aufs College. Dieser Vertrag legt fest, dass Sie einen Notendurchschnitt von 2,7 haben müssen und Sie an Spieltagen Krawatten tragen werden. Ob Sie allein überleben wollen? Hier geht's um Basketball, Mann! Diese Jungs sind Schulsportler. Schule kommt zuerst. Komm, 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 komm! Oder gemeinsam als Team. Wenn ein Mann kämpfen muss, hat das gesamte Team zu kämpfen. Sie haben da oben eine unglaubliche Gabe. Ist Ihnen eigentlich klar, was für eine Chance das für Sie ist, hier herauszukommen? Sie müssen nur einen Traum haben. Ich habe mir das fette weiße Häuschen gekauft und meine Frau Beyoncé grillt gerade in ihrem Strength. Ich sagte Traum, nicht Halluzination. Gentlemen, wir haben sechs Spieler, die mindestens in einem Kurs durchfahren. Wir haben alle versagt. Sie haben die Sporthalle verschlossen und Sie gezwungen sich mit ihnen in der Bibliothek zu treffen? Coach Carter ist noch einen Schritt weiter gegangen, indem er das Spiel am gestrigen Abend abgesagt hat. Das ist Richmans erste Niederlage der Saison. Der Coach meinte, ich könnte College Basketball spielen. Wie soll das gehen, wenn ich noch ein Baby großziehen muss? Was soll das heißen? Willst du Schluss machen? Basketball ist das einzige, was diese Jungs haben. Können wir zulassen, dass Carter hier reinspaziert und ihnen das wegnimmt? Nein! Wir werden das durchstehen. Paramount Pictures und MTV Films präsentieren Was muss ich tun, um zu spielen? Egal, was Sie von mir verlangen, ich werde es tun. Wenn Anna triumphiert, triumphieren wir alle. Wir werden beenden, was Sie angefangen haben, Sir. Samuel L. Jackson, Rob Brown, Ashanti. Ich bin hergekommen, um Basketballspieler zu coachen. Und sie wurden Schüler. Ich bin hergekommen, um Jungs was beizubringen. Und sie wurden Männer. Das ist unser großer Moment! Coach Kata. Time for us as the people to start making some changes.